Heute mache ich ein Pickle Blind Tasting mit vier verschiedenen Sorten aus unserem Shop Candy Peak und wenn ich eine falsch errate, bekommt ihr eine Pickle zu eurer Bestellung kostenlos dazu. Also wir fangen auf der Seite mal an. Das ist sehr sauer, das ist. Das ist die Warhard Pickle. Die ist sehr sauer. Dann weiter. Es könnten zwei sein. Ich tippe Koscher. Okay. Die nächste. Wenn das Koscher war, dann war das die normale Dill Pickle. Das ist die Hot Pickle. Sehr scharf. Also ich sehe gerade, ich habe die beiden falsch. Also zwischen den beiden ist auch immer schwer. Das bedeutet, ich lag falsch. Die erste Person, die kommentiert mit ihrer Bestellnummer, bekommt eine Gratis-Pickel zu der Bestellung dazu. Link ist in der Bio.